Oh, der sieht aus wie End-Bus. Ja, das ist auch der Bus. Und der kommt noch mal zur Ansage hier. Irgendwas mit Schauer verstanden. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es soll Aua oder sowas heißen. Ne, das ist Englisch. Ja, das ist ein fetter hier. Ich meine halt Hauer wie Stunde. Achso. Was macht und wie kann man den jetzt klöten? Ja, du musst deine Panzerbeine, was auch immer, das kaputt machen. Achso, ich dachte, jetzt musst du... Ach ja, jetzt kannst du mit normalen Waffen nicht mehr treffen. Ah, das ist natürlich ganz klar. So, ich hab Spreadgun jetzt zum Beispiel. Oh, oh, oh. Gib mir die, weil ich hab so einen zweiten Schießer. Ach, Mist, okay. Dann ist das besser. Naja, egal. Ich nehm mir das. Nimm, 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 nimm. Na, ich nehm auch Schaden. Und ich renne erstmal in seinen Elektroscheiß rein. Wow, wow, was ist das denn? Scope? Nein, das ist unbesiegbar wieder. Das bringt dir grad nicht viel. Außer, dass du unbesiegbar bist. Ey, bringt ja gar nichts, ne? Nicht so viel. Also, weil es eine kurze Zeit ist. Ja, gut, aber... Stürb! Oh, Mann, der hat mich überfahren, der Penner. Ey, 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 fährt der Drecksack einfach mal über die Granaten. So, ich stehe auf meinen Punkten. Guck dir das mal an, ich stehe auf meinen Punkten drauf. Achso, das ist Boden. Also, ich dachte, das wäre eine Tafel. Okay, dann geht's natürlich. Wow! La, 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 la. Musik ist natürlich total epic in dem Game. Ja, die ganze Zeit jetzt... Ja, die ganze Zeit, das... Ja, ja, die ganze Zeit, das... Ja, ja. Deeee, oh, deee, oh. Deeeu. Okay, man hat halt Speicherplatz gespart an der Musik. Okay, woanders hat man hier so viel Speicherplatzverbrauch. Wo kann ich den treffen, kann ich nur bei einem ... Überall. Oh, ich hab Kaffeebohne gefunden. Was bringt das denn? Keine Ahnung. Aber es sieht aus, als könnte ich ihn nur an den Panzerbein treffen. Ja, okay. Fuck. Schnell, oh, oh, okay. Ich sollte ihn auch mal treffen. Fuck. Okay, aber dafür kann ich ihn klein so lange auslöschen. Ja. Ki, 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 ki. Nicht mich überfahren, nicht mich überfahren. Bleib bloß weg, bleib bloß weg. Piu. Piu. Ach so, der Schlüssel bringt nur Punkte. Ich glaub schon, ich weiß es nicht. Und ich glaube, ich glaube, man muss sie einsammeln. Ich weiß es nicht. Ich muss sie töten. Man muss sie töten. Oh, Kaffeebohne. Wie das aussieht. Also ist das nicht ein Flammenwerfer? Was, ich? Ja, was du hast. Nein, das sind so komische Welle. Explodieren. Ja, was sieht aus, wie du hast so einen Rückenkonsum. Das sieht aus wie Ficken. Das sieht aus wie Ficken. Also es gab so eine üble Explosion, als ich gestorben bin. Dass der Emulator nicht mitgekommen ist. Ja, genau. Da holt ihr die Ebene. Ja. Fuck. Oh, ist er tot? Ist er tot? Nee, nee. Aha, er hat halt nur... Ey, was ist das? Da rechts ist seine Leiste? Ach so, nee, das gehört zur Tür. Kacke. Meins, 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 meins. Kann ich ihn damit auch töten? Klar, mit allen Waffen außer der normalen. Wow, wow, wow. Alter. Ja, der macht mich hier voll Messer. Was ist eigentlich da bei unseren Punkten? Weil da wird ja ein Teil grün. Was macht das? Ja, das ist die Munition. Ach so. Ja, komm. Gib mir das. Gut. Na, so kann ich ihn nicht treffen. Wow, der hat 8000 Köpfe. Ja, aber er hat einen Kopf. Das ist voll lame. Er hat 1000 Köpfe. Er ist ein 1000 Köpfe, oder? Na, wahrscheinlich. Aber anscheinend ist er bald tot, ne? Kann man jetzt wieder normal treffen? Gacke. Nee, immer an den beiden. Ich glaube, das geht auch. Der hat auch ein paar Formen. Er kann noch ein paar Teile abfallen. Was hat das jetzt gebracht, was du eingesammelt hast? Was? Weiß ich nicht. Ja, nimm du von mir aus. So, stirb. Fuck. Waffe, waffe, waffe. Kann ich ihn so hitten? Nein, schade. Nein, leider nicht. Einfach rumrennen und er ist weg. Das wäre cool. Ja, meins, 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 meins. Anscheinend die nächste Form wieder platzt. Ja, aber der hat noch einen Platz. Ah, ich glaube, das ist die letzte. Das sieht so aus. Weil jetzt ist nur noch so ein Kopf da. Ja, ja. Oh, ich sterbe nochmal. Oh, letztes Credit. Let's continue. Ja, für dich. Nimm, 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 nimm die Waffe. Fuck, ich renne in seinen Strahl. Okay, jetzt musst du noch etwas rückhalten. Aber ich weiß auch nicht mal, wie viele Credits ich habe. Wir haben beide gleiche Zeit, glaube ich. Echt? Oh, der hat noch tausend Köpfe. Schon wieder. Die wollten nicht übertreiben. Er ist jetzt tot? Ja, der kann dich noch ein bisschen überfahren, wenn er will. Das ist blöd. Okay, er ist weg. Mal sehen, ob das noch ein Level gibt oder ob wir gewonnen haben. Keine Ahnung. Exit. Ja, ey. Ja, ey. Toaster. Toaster. Ich hab mehr Toaster als du. Ja, ey. Wow, du hast aber viel mehr Bundesheer-Ziefel. Ich hab Autos. Ja, ey. Autos. Was will ich mit 15.000 Toaster eigentlich? Oh mein Gott, ich bin modern. Ich hab super WRC. Ar. Der Körler. Was auch immer. Okay, da brauch ich aber mehr. Und wer hat mehr? Ich finde auch mal so toll, wie sie sich freuen. Den einen Armen hoch. Ja, ich hab Geld. Er hat irgendwie 15 Millionen Euro gewonnen. Freut sich mit einem Arm. Voll cool. Also ich mein, so viel Coolheiten musst du erst mal haben. Ja, da musst du auch so viel Leute gewinnen. Ey, man, du hast ja viel mehr cool. Äh, ja viel mehr bekommen. Das war's. Ja, und deiner freut sich sogar nicht mal, dass er, oh, ich hab 5 Millionen Euro weniger. Okay, Name. Name. Also ich heiße In. I. In heiß ich. Aha. Du heißt Kill. In und Kill. Die anderen haben auch so geile Namen wie An und M.J.T. Geil. Ab A.I.B. Das ist am geilsten. Okay, das war's. Das war's jetzt? Ja. Ja, da gibt es anscheinend nur eine Stage in Easy oder wie? Ja. Ja. Äh, das war's, oder? Das reicht, also. Ja, ne, ja. Ja, das war's, komm. Ja, okay. Nächst mal ein besseres Spiel, hoffentlich. Oder ein anderes Spiel, das war ja mal so viel zwischendurch. Mhm. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das war's. Jo. Jo. Ciao, Leute. Okay, ciao. Ich bin Watchmen. Und ich Dirac. Ja. Auf Lörg. Hallo.